22 schlecht das ging sehr früh ich glaube da muss ich erst mal ganz kurz mit dem großen schlachter messer durchgehen so und wir lassen eine gerade anzahl an kühlen übrig also ich versuche es zumindest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 also eine auf jeden fall 1 2 3 4 5 6 7 8 gar so und dann rein mit dem weizen dann könnt ihr wieder schön ihren spaß haben das weizen drin das weizen drin guck da ist weizen drin sag mal seid ihr doof wollt ihr mich verarschen ja zu mir kommt daher er sollte an den futterdruck abpfeifen hallo was macht die kuh da drüben egal nochmal sehen vielleicht wenn wir wiederkommen haben sie sich sehr anders überlegt und haben gepoppt ich weiß es nicht eigenartig die ganze zeit hat das funktioniert ah hier sind guck an hier ist noch zaun guck dann nehmen wir den natürlich mit weil wir wollen ja da unten dann unser gehege bauen äh jetzt müssen wir mal gucken warum haben wir hier sand 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 kies puh kein sand wieso haben wir keinen sand na ist ja eigenartig sollten wir tatsächlich keinen sand haben nö wir haben keinen sand toll das bedeutet natürlich auch wir haben nicht ein bisschen glas also brauchen wir dringendsten aus irgendeiner Wüste dann Sand oder von irgendeiner was weiß ich Wasserstelle oder irgendwo wo wir halt welche finden also wenn ihr irgendwo sand seht wuhu schreien juri das sand wuhu einfach mal schreien so hopp sehr schön jetzt ist natürlich ja wieder eine wolke drüber damit ist es ja auch wieder dunkel ach das ist doof die sonne soll nicht erscheinen mensch das ist immer so schön wenn die sonne hier erscheint äh ja den sampling nehmen wir noch mit blub und ich weiß nicht wollen wir hm eigentlich müssten wir uns jetzt erstmal ein bisschen sand holen das wäre eigentlich das wäre eigentlich nicht doof hm ob wir da hinten Sand bekommen ich würde uns halt nicht die Aussicht versauen aus unseren schönen aus unserer schönen Bergflöte raus wisst ihr da tue ich lieber irgendwo ein bisschen weiter weg sind von da oben den Sand wegmopsen ja zum Beispiel hier ist aber auch schön hier ist eine Höhle mit Kohle merken wir uns mal hier den schönen Sand wegnehmen das sieht doch auch mann versau ich doch hier auch nö hier bauen wir auch nochmal hin irgendwann ach scheiße nö hier mobbs ich nun nicht definitiv nicht aber ich habe schon wieder eine schöne Ecke gefunden wo ich auf jeden ach mann ich finde hier auf der Karte nur schöne Ecken die mir gefallen wo ich was hinbauen will das ist doch Mist also Mist ist es nicht aber ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll mit bauen und vor allen Dingen was ich überall ah hier haben wir ja genau wir klauen uns einfach hier den Sand so dann füllen wir das hinterher einfach wieder auf mit ein bisschen Erde dann sieht die Sache nämlich huch sieht die Sache nämlich wieder ordentlich aus hinterher da kann auch keiner sagen ey Juri du blöde Sau hast das ganze schöne Gelände hier vernichtet sieht aus wie scheiße jetzt nein wir machen das wieder ordentlich zu mit Erde hopp 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 zack 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 und zack zack Und zack. Und zack. So. Aus irgendeinem Grund haben wir gerade keine Musik mehr. Ah. Und schon haben wir wieder Musik. Gemütlich. Die so schön zum Sonnenschein passt. Bisschen schönes Gitarrengedüdel. Ich glaub die Playlist war zu Ende und ich hab vergessen die auf Dauer abspielen. Also auf Wiederholfunktion zu schalten. Und nicht Depp. Ja so ist das. Wenn man Dinge erst seit Neuem macht und betreibt. Macht man halt auch öfter mal noch was falsch. Na was soll's. Nützt alles nichts. Kann passieren. Ich werde mich bessern. Ich gelobe besser bin. Du 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 du. Ja. Ja. So richtig schön Wetter gut Laune Mucke eben. Und auch wenn bei uns jetzt hier draußen schon wieder alles düster ist und es schon bald wieder schneiden soll. Habe ich trotzdem gute Laune. Weil es einfach mal ein paar Tage richtig tolles Wetter war. Und die Sonne so geil geschienen hat. Wir hatten Zwischenbrust schon 15 Grad hier bei uns. Also ich fand's geil. Es war schon so richtig wie Frühling. Eigentlich hast du schon gehofft weißt du. Hast gedacht Mensch vielleicht bleibt's gleich so. Kommt gar nicht nochmal Schnee oder solcher Mist. Kann ja gleich Frühling bleiben. Und dann schön Sommer werden. Und ach schön. Endlich wieder die kurzen Hosen rausholen. Wieder die Sonne rausgehen. Und einfach nur das Wetter genießen. Ach man das wär schön. Aber es war uns halt noch nicht vergönnt. Es soll halt noch nicht so sein. Naja. Aber auch der Sommer kommt. Zumindest irgendwann. Vielleicht jetzt nicht gleich. Vielleicht erst ein paar Monaten. Also was heißt vielleicht eigentlich ziemlich sicher. Wär ja sehr unwahrscheinlich, dass wir im April schon im Sommer haben. Aber auf jeden Fall kommt der Frühling dann bald. So und wir haben zwei 64er Stacks mit Sand. Das reicht auf jeden Fall erstmal aus für Glas. Heute ist übrigens Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe. Wollte ich nochmal so kurz erwähnen. Man sollte an dieses Unglück schon mal so ganz leicht gedenken und erinnern. Ist immerhin eines der schlimmsten Unglücke, die es auf dieser Welt meiner Meinung nach gab. Wo man hoffen sollte, dass es sich möglichst nie wiederholt. Also ist schon eine richtig beschissene Sache, was da damals passiert ist. Aber trotz allem, auch wenn natürlich die Kritik gegen Atomen und das alles, also gegen die Atomreaktoren und so immer sehr groß ist und alles immer so aufgeputscht wird. Trotz allem bin ich irgendwo der Meinung, dass die Atomenergie noch immer die effektivste und eigentlich sauberste Energiequelle ist, die wir haben. Also ich meine, klar, du hast im Endeffekt Atommüll. Und den irgendwie loszuwerden, das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber so, sag ich mal, in der Stromproduktion her, ist es wesentlich sauberer, als wenn du irgendwelche scheiß Tracks Kohle benutzt oder irgend sowas. Und ich meine, umweltfreundlich, ich weiß nicht, Windparks und Solarparks, ich weiß nicht, ob das so super umweltfreundlich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinne der Natur ist, wenn ich jetzt, was weiß ich, wie viele Hektar vollpflastern würde mit irgendwelchen Solaranlagen. Also gehen die Meinungen bestimmt auch auseinander, aber ich bin da der Meinung, dass es auch nicht unbedingt natürlich ist. Weil ich meine, es werden dort Felder und Wälder plattgemacht vielleicht, damit man irgendwo so eine scheiß Solaranlage hinklatschen kann. Ich weiß nicht, ist ja auch keine Natur dann. Und Naturschutz sieht irgendwie auch anders aus, finde ich. Ja, also ich weiß nicht. An der Stelle fühlt sich ein Tier ja wohl oder übel auch nicht gerade wohl, wenn ich dort jetzt hier so eine riesige Solaranlage dahin gepflanzt habe, wo dann kein Reh mehr lang über irgendeine schöne Lichtung drüber hirscheln kann oder so. Also puh, weiß nicht. Und auch die Windparks, ob das so perfekt ist alles. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es effizient genug ist, um dauerhaft genügend Energie zu produzieren, um unserem Bedarf zu stillen. Also, ich meine, gut, ich beschäftige mich jetzt auch nicht intensiv damit, weil es mir eigentlich relativ wurscht ist. Ich kann es im Endeffekt eh nicht beeinflussen. Es wird im Endeffekt ja eh von der Bundesregierung entschieden und gut ist. Einfluss hast du ja als Bürger im Endeffekt in diesem Land nicht wirklich. Aber puh, gut. Die Meinungen gehen da bestimmt auch weit auseinander. Also, da gibt es bestimmt viele verschiedene Meinungen zu der ganzen Geschichte. So, wie machen wir das? Machen wir hier schon zwei getrennte Felder hin? Oder? Hm. Könnt ihr hier einen Weg lang machen? Und hier nochmal einen durch. Und könnt ihr eigentlich hier schon... Mal gucken, wie? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Das weg. Hehe. Hm. Scheiße. Dann können die Viecher ja hier drüber. Das ist Mist. Und so sieht's bestimmt schwul aus, oder? Muss nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hab was gegen Schwule. Das sollte jetzt keine Diskriminierung sein. Ja. Weil man wird ja wegen solchen Kommentaren dann gerne... Öh, hast du was gegen Schwule und so? Nein, hab ich nicht. Aber, ja. Es ist halt... Man drückt sich halt manchmal so aus in der deutschen Sprache, ne? Auch wenn's vielleicht nicht ganz richtig ist. Tja, dann machen wir das doch anders. Dann ist es so, wie ich's jetzt grad mir eigentlich gedacht hab. Mist. Dann müssen wir das Feld in der Länge unterteilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gucken, wenn ich jetzt hier drin... Ist das groß genug? Ach doch, das reicht das mal. So. Haben wir hier zu halt. Ich muss jetzt mal hier rüber. Und dann machen wir hier noch zu. Zack, 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 zack. Zack. So, dann machen wir hier ein Tor rein. Hinten ein Tor rein. So, und jetzt zwischendrin brauchen wir natürlich auch noch ein paar Tore. Zwar hier. Und hier. Zack. Hier machen wir mal zu. Ja gut, das ist in Ordnung. Hier noch ein Tor hin. So, halt, tunst du hier. Ach, sag mal. Ich platziere die Fackeln immer an total anderen Stellen, als ich das eigentlich vorhabe. Das gelingt nicht, wie es soll. Das gelingt. Das gelingt noch. ich doch. Toll. Und jetzt, da wo ich mich vorhin war. Ich hoffe, ich habe mal wah 비 Uni greut drauf, auch bei siempre. Lake landed amazon aufinflstairs.